Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helm Express ganz herzlich begrüßen und möchte euch diesmal gerne den SMK Jet vorstellen. Der Jet ist nicht nur ein Jet, sondern eigentlich ein Maxi-Jet, denn das sehen wir daran, dass das Visier ganz bis unten ans Kinn hinunterreicht und dementsprechend der Helm sehr schön zu fahren ist, wenn zum Beispiel das Wetter schlecht ist, denn dann kriegt man keinen Regen ab und auch generell ist natürlich der Windschutz einfach besser gewährleistet. Zudem geht die Helmschale weiter runter, das hat einfach einen super Effekt auf die Sicherheit nochmal, denn wenn das hier vernünftig abschließt, dann bin ich da deutlich sicherer mit meinem Helm unterwegs, als wenn ich nur so eine Nussschale habe. Das ist einfach so, das muss man nur dabei beachten, wenn man einen Helm aussucht. Ebenfalls schön nochmal die Form dieses Helms. Ich hoffe, man kann das im weitesten einfangen, denn der ist nicht ganz rund, sondern der ist sehr aufwendig. Der hat hier nochmal so einen Steg, der zwar nicht farblich abgesetzt ist, der aber einfach nochmal wahnsinnig zur Wertigkeit des Helms beiträgt. Der kommt im Übrigen in zwei Helmschalengrößen, das heißt SMK arbeitet hier nicht mit Füllmaterial, sodass quasi der XL-Helm letztendlich von außen genauso groß ist wie der S-Helm. Das ist nicht, hier hat man zwei Außenschalengrößen, das heißt S bis M hat meinetwegen eine Schale oder S bis L und die größere Variante hat dann entsprechend nochmal eine separate Schale, was sehr schön ist, was den Helm auch sehr schlank hält vor allen Dingen. Schauen wir jetzt einmal hinein, sehen hier die Kunstleder-Applikationen, die das Ganze nochmal aufgreifen mit dem Retro-Flair, die auch einfach wahnsinnig etwas für die Wertigkeit des Helms machen, ebenfalls wie die Aluleiste hier unten. Die ganze Innenausstattung lässt sich natürlich herausnehmen, um sie dann auch entsprechend waschen zu können. Wir haben hier einen Doppel-D-Ring-Verschluss, wie es bei ganz vielen Helmen Standard ist. Das ist auch für Rennhelme aktueller Standard, das heißt also eines der sichersten Verschlussmöglichkeiten eines Helms. Dann habe ich euch schon alles zu diesem wunderschönen Helm gesagt. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, dann freue ich mich natürlich und wünsche euch auch viel Spaß mit dem Helm und euch allen wünscht ihr eine gute und unfallfreie Motorrad-Saison, denn nur dann können wir uns auch bald wiedersehen, nämlich beim nächsten Video auf dem Kanal von Helmexpress. Deswegen schaut auch gerne wieder rein, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Bis dahin. Ciao.